Mein Name ist Ayrun Thala'in. Ich komme aus dem Dorf Nom Lan in der Provinz Konkain. Ich bin Landwirt und zusätzlich arbeite ich als Lohnunternehmer auf den Reisfeldern rund um unser Dorf. Morgens stehe ich früh auf und füttere die Hühner. Dann fahre ich zum Tempel. Ich besuche die Andacht, bringe eine Gabe für die Mönche und bete für unsere Vorfahren. Danach startet für mich während der Saison der Tag auf den Feldern. Die Betriebe hier sind durchschnittlich knapp einen Hektar groß. Mein Betrieb hat eine Größe von sechs Hektar. In meinem zweiten Job als Lohnunternehmer habe ich letztes Jahr zusätzlich 16 Hektar für meine Kunden bearbeitet. Immer wenn ein Auftrag reinkommt, ist zuerst der Kunde dran. Dann geht es zurück zu meinen eigenen Feldern. Hier in der Region finden im April, Mai in zwei verschiedenen Verfahren die Bodenbearbeitung und Aussaat statt. Bei dem einen Verfahren arbeiten wir mit Traktor und Scheibenegge, noch während das Wasser auf dem Feld steht. Dann werden die vorgekeimten Reispflanzen in das nasse Feld gepflanzt. Bei dem zweiten Verfahren wird auf den trockenen Flächen nach der Bodenbearbeitung der Reis per Hand ausgesät. Wir müssen präzise arbeiten, damit der Wasserstand zu der dann folgenden Regenzeit gleichmäßig ist. Zweimal im Jahr bringen wir Dünger aus. Das erste Mal zwei Monate nach der Saat und das zweite Mal im August, September nach der Blüte. Die Erntezeit startet im November und endet im Dezember. Es ist nicht einfach hier und alles ist abhängig vom Wetter. Schon meine Eltern haben Reis angebaut und mir alles darüber beigebracht. Ich bin seit der Grundschule auf dem Feld. Ich habe schon immer so gearbeitet und würde nie einen anderen Beruf ausüben wollen. Ich bin Landwirt und das habe ich im Blut. Meine Frau unterstützt mich unglaublich. Sie geht mit aufs Feld. Und mein Sohn fährt den Traktor auch. Wir sind ein richtig gutes Team. 2011 habe ich den Klaas Traktor gekauft. Davor habe ich noch mit einem Gerät gearbeitet, wo man zum Steuern hinterherlaufen musste. Ich habe mir die verschiedenen Traktormarken angesehen. Bei einer Demo-Show sah der Klaas dann so unglaublich kraftvoll aus, für harte Arbeit gemacht. Damit zu fahren ist so komfortabel und es gibt mehrere Gänge zur Auswahl. Der Händler hat mir erlaubt, ein paar Runden zu drehen und ich war sofort begeistert. Ich habe den Klaas noch direkt an diesem Tag gekauft. Mein Familienunternehmen ist vergleichsweise klein, ich weiß. Aber ich bin zufrieden, meine Kunden sind zufrieden. Und mit dem Klaas Traktor habe ich den besten Partner. Man kann schon sagen, er hat mein Leben erleichtert. Sogar an den heißesten Tagen, wo wir früher in den Schatten mussten, können wir jetzt jederzeit unsere Flächen bearbeiten. Ich liebe meine Arbeit. Richtig gute Arbeit ist, Acht zu geben auf das, was wir besitzen und anbauen. Eben richtig gute Landwirtschaft zu betreiben. Ich weiß, sie wird mich niemals reich machen, aber es ist einfach das, was mich erfüllt. Ich weiß, sie wird mich nicht mehr.